Ich hab das schon ja was in der Nähe genommen. Ich finde das ist hot. Ich muss da so irgendwas finden, wofür ich... Vielleicht hier? Ach so, ja, hier, zack. Natürlich. Was haben wir da? Ok, Krakenmann. Hallo hier Krakenmann. Ob es hätte mir vielleicht mal durchlesen sollen, ne? Ah ne, ja klar, hier, zack und zack. Ah, was kann man hier mitfahren oder wie? Oh nein! Ist es? Was? Das ist der Professor. Hier beim Licht. Ich sollte hier nach Antworten suchen. Die Leganten wollen nicht unbedingt finden. Wollen mich unbedingt finden. Meine Nachforschung kann ich im Versteck schlecht fortführen. Aber ich muss riskieren, rauszugehen. Ich hab nur... ...Retro spenden. Okay. Das haben wir doch gerade schon gelesen. Ist das noch ein Stein hier in der Hand? So, Professor, ja. Können wir mal bitte diesen Knüppel geben? Ich brauch schon einen Hammer. Okay, dann, äh... ...drück ihn doch mal weg. So. So. Das haben wir hier. Ah, hier brauch ich wahrscheinlich die Rung für. Wir haben ein Bild. So. Achso. Ich muss wieder alle, äh... ...leiter zusammensitzen. Oh, ja klar. Ein Eimer, ein Eimer. Und dann ein Eimer. Und dann ein Eimer. Bamm. Okay, dann, äh... ...Bespo-Schläge? What? Sind wir mit dem Beespo-Schläge hier unten? Wo ist der Baisy? Sind wir den Baisy echt nicht? Was? Ne? Egal. So. Ein Spachtel. Das kann ich jetzt hier verschenken. Vielleicht wegspachteln. Was ist das? Okay. Sonnenform. Kann ich das mit der Sonnenform machen? Ich bin immer... Ne, ich muss... Okay, ich kann hier immer noch was machen angeblich. Okay. Okay. Schon mal fehlen ein paar Zutaten. Ah, okay. Eritus ist komplexer als gedacht. Die Kerzen sollten kein Problem sein. Wir haben fast alle Ruhmsteine. Ich kann die Farbe aber nicht mischen. Weil ich nicht weiß, was die echte silberne Komponente ist. Und ich kann den Kreis des Werkzeuges der Macht, den wir irgendwo gar nicht finden. Die Antworten liegen nahe. Aber ich sehe etwas. Vielleicht hat Thomas eine Idee. Ich hoffe, er verwischt seine Spuren bevor er kommt. Okay. Okay. Ah, guck mal hier. Laut Aufzeichnung befreit der Rhythos den Dämon aus der Figur und macht ihn damit verletzlich für mächtige Artefakte. Es ist sehr gefährlich, aber der einzige Weg... Was lese ich da? Aber der einzige Weg, den Dämon zu befreien und in die Hölle zu schicken. Der Kreis der Macht rund um die Figuren sollten das Bestie lang genug festhalten, um zu tun, was getan werden muss. Okay. Pfeilen zerrt so was. Das Buch besagt, dass es wichtig ist, den Kreis nicht zu zerkratzen, denn das würde die Wirkung des Rhythos ins Gegenteil verkehren. Dämon zurück in sein Gefängnis sperren und alles wieder versiegeln. Dann müsste das Rhythos wiederholt werden. Okay. Dämon befreien. Ich weiß nicht recht. Ja, okay. Können wir nichts machen hier. Also, noch mal was hier. Ach ja, klar. Ich hab ja das Ding bekommen. Kann ich ja jetzt hier einsetzen. Vielleicht. Was, haben wir hier ne Brille? Ein Fernglas, okay. Immer noch hier. Was hab ich hier? Fernglas. Alles klar. Dreh die Linsen so, dass das Symbol auf der Abfallschnecken war ist. Das war wunderbar. Und nochmal. Noch mal. Ja, was? Das war wunderbar. Und nochmal. Oh, shit. Ha. Wunderbar. Noch eins. Ein Brunstein. Okay, was haben wir jetzt hier? Jetzt brauchen wir eine Dolch. Echt Silber? Oh, okay. Jetzt brauch ich aber noch Wasser. Hey, Doktor, kann ich mal ein bisschen... Kann ich hier irgendwie benutzen hier? Wie sieht er aus? Na, schade. So, muss ich jetzt wieder nach oben. Okay. Kann ich hier jetzt was machen? Na, vielleicht könnte ich hier jetzt. Das Wasser, genau. Wasser. Notiz. Lieber Professor, ich lasse die Spieluhr hier. Ich muss zurück zum Zentrum der Erleuchtung, da ich dort die Walze vergessen habe. Ich schaffe sie sobald wie möglich beim Ausgrabung, Thomas. Okay. Spieluhr. Äh, fehlt hier jeweils. Ja, okay, gut. Das wissen wir jetzt. Erstmal hier runter. So. Und hier das Wasser rein. Jetzt haben wir hier... Farbe und ein Schlüssel. Okay. Und ein Wimmelbildspiel. So, Spieluhrwalze. Ah, die haben wir da. Taschenuhr. So. So. Ah, was haben wir jetzt noch? Besen. Was ist das? Sack, ein Besen. Und ein Harmonie. So. Fertig. Und wir kriegen die Spieluhrwalze. Nice. Dann können wir jetzt nach oben. Hier hin. Zack. Oh nein. Jetzt müssen wir wieder so ein Spiel machen. Aufsicht. Das haben wir doch hier. So. Bewege die. Habe ich mir schon gedacht. So was hier passieren wird. Schade. Hat nicht ganz gepasst. Ich sache vielleicht aber den anderen zu errado. Ah. Einen Millimeter heißt der. Okay. Jetztフルظ, gut. Okay. Was können wir? Kerzenkomponenten. Form habe ich im Globus versteckt. Wachs sollte leicht zu finden sein. Ah, da haben wir das U-Bootchen. Okay. Farbstoff. Rot, Gelb, Blau. Ich denke, ich kann die Farbstoff nutzen, die Luis Aschina mitgebracht hat. Okay. Äh, wo war jetzt noch das U-Bootchen? Rezeption? Nee. Ja, genau hier beim Globus war das. Genau, ich erinnere mich. So. Ah, hier haben wir nochmal ein Wimbelbild. Tauchanzug, den haben wir doch hier. Also, wir müssen das mal komplett machen wahrscheinlich. So. Morellen in 1, 2. Machen wir ein Megafon. Einfach wieder ein bisschen klicken hier. Was ist denn so da? Dann hier so da, bitteschön, äh, Scheinwerferbuch. Mach den da. Und da ist das Rudra. Okay. Habe ich zerschläge, klick gehabt, aber egal. Wachs. Okay, cool. Jetzt legen wir hier hoch. Hier am Globus können wir das U-Bootchen einsetzen. So, wahrscheinlich wieder Bewegung und, äh, alle Bruchten, äh, genau. So, ich fahre, gehen wir hier unten lang. Hm, ich geh jetzt hier lang. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, das passt wunderbar. Okay, wir haben noch einen Stein. Was ist das? Äh, Greg, die Leganten, äh, verfolgen mich. Ich kann nicht in mein Labor. Bring die Form ins Versteck. Ich nutze dein Labor, wenn ich sie abgeschüttelt habe. Okay, was ist das hier? Kerzenform. Okay, was haben wir hier? Ah, die Schneeflocke. Wofür brauchten wir die Schneeflocke nochmal? Wo war die nochmal? Die Schneeflocke, wo warst du? Okay, da hinten am Kanäle, okay. So. Nee, wo war ich denn hin? Ah, ist weg. Jetzt zwischen der, äh, eine. Der Greg. So, ähm. Aber da hat jetzt nochmal einen Kanal, ne? Jetzt muss ich einfach was wegkann. So, hier rein. Hallo, Liebes. Okay. Machen wir doch glatt. So, was haben wir hier? So. Ja, ja, ja. Wird der Professor mir mal sein Ding da gegeben, hä? Könnte ich den nochmal benutzen. So, hier, wie gezäubert. Tut mir schon, es gut zu gehen. So, hier im Labor. Ups. Äh, jetzt müssen wir mal auch schon. Moment. So, jetzt soll's wieder begehen. Wunderbar. Upsala. So, hier können wir die Schnee. Flockern, jetzt bin ich einfach mal aufs Spiel rausgetoppt. Das Wasser und die sind heiß. Ich muss sie abkühlen, ne? Was zum Abkühlen da? Nur den Wachs, um es zu schmelzen, ey. Äh, ja gut. Jetzt. Das funktioniert nicht, ja. Das ist mir schon klar. Ich kann nicht atmen, ja. Was soll ich das machen, bitte schön, hier? Geht alles nicht. Hey, was soll ich denn hier nutzen? Sag's mir, bitte. Ja, da war ich auch schon dran, aber ich hab hier schon alles gemacht. Der lieber Herr Tipp. Hä? Oh, es ist zu heiß. Ich kann einfach Drachen rauszuholen. Okay, gut. Danke. Oh, jetzt haben wir plötzlich ein Wimmelbild. Natürlich. So, ähm. So, jetzt haben wir den Zierlis. So, jetzt haben wir den Pinsel. Ich denke, ich brauche jetzt mal den Pinsel, um die Farben zu mischen, oder? Da ist noch den Pinsel. Zack. So, jetzt haben wir das erste Mal.